Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 26.800 US-Dollar. Wir haben uns von dem Schock vorgestern oder gestern erholt nach der SEC-Klage gegen Binance, was jetzt auch nicht mehr wirklich verwunderlich war. Ja, hat sich der Kurs wieder genau dahin fortbewegt, wo wir im Endeffekt vor ein, zwei Tagen wieder gestartet sind. Wir haben kein höheres Hoch leider hin erreicht, werden uns aber jetzt genau nochmal im Update-Video anschauen, außerdem wie die Newslage natürlich jetzt noch ist, wie können wir uns positionieren, wie geht es weiter. Wir werfen natürlich auch einen Blick auf Ethereum und gegebenenfalls mal auf Gold, aber da hat sich nicht mehr wirklich viel getan. Aber bevor wir starten, Freunde, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Dort habe ich auch gestern einen Haufen Updates nochmal reingemacht. Ich habe gestern keine Zeit für ein Video gehabt dafür, aber immer mal euch so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten und wir haben auch eigentlich alle Ziele so erreicht. Ich habe es dann gestern noch dazu geschrieben, wir hatten ein Lower Low, beziehungsweise war das der Plan. Wir hatten auch nochmal ein Lower Low, ein Stunden Bullish Divergence und dann haben wir uns im Endeffekt das 0,5er und sogar das Golden Pocket nach oben hin durchbrochen. Sah ganz gut aus und gestern dann auch noch SEC beantragt einstballige Verfügung zum Einführen von Binance US-Vermögenswerten. Holen Sie Ihre Coins von den Börsen, ist vielleicht nicht das verkehrteste in der momentanen Lage, aber sowieso Binance eigentlich gar nicht mehr genutzt, habe ich ja auch schon des Öfteren immer erwähnt. Ja, was ist passiert gestern? Wie gesagt, gab es kein Update, keine Zeit gehabt. Wir haben eine Bullish Divergence bekommen, wir hatten die SEC-News, daraufhin ging es nach unten, jetzt aber auch nicht wirklich brachial. Also man sieht momentan einfach, wir haben kein Volumen im Markt. Wir haben nicht mal mehr wirklich Verkaufsvolumen. Der Markt ist ziemlich unbeeindruckt. Klar ging es ein bisschen nach unten, wir schauen uns das nochmal ganz kurz prozentual an. Sagen wir jetzt mal von diesem Punkt aus, ging es 7% nach unten, ist vielleicht heftig für manche, aber im Endeffekt so richtig Verkaufsdruck kam da jetzt auch nicht auf. Wir hatten diesen Dump, wir hatten dadurch wiederum die Reaktion in dem 25k-Bereich, also genau die Zielzone, wo wir schon des Öfteren darüber gesprochen haben, das 0,5er getestet. Also auch hier erst einmal perfekte Reaktion. Und ja, haben dann gestern gegen Nachmittagabend dann einen ordentlichen Pump nach oben hinbekommen, auch schön Volumen unterstützt. Und die Frage ist, ob das wirklich ausreichend ist. Wir haben kein höheres Hoch, wir sind genau hier oben wieder Rejected. Das heißt, wir haben jegliche Imbalance, jegliches Void nach oben hin verlassen. Wir haben den doppelten Boden schön nach oben ausgebaut. Und jetzt kommt es darauf an, wie ebenso die nächsten Stunden verlaufen. Wir haben einerseits hier unten nicht wirklich viel Liquidität. Also doch, wir haben schon Liquidität hier unten. Es ist möglich, dass wir uns die noch holen. Wäre jetzt aber nicht das bullischste Szenario, wenn wir uns das jetzt mal angucken, auf den 4-Stunden-Chart und das FIP-Level dazu ziehen, wäre hier der Bereich um 26.100 bis ungefähr 26.000 US-Dollar der nächste Zielbereich. Einerseits hätten wir dann, sag ich mal, drei Viertel dieses Pumps wiederum widerlegt. Wir könnten hier runtergehen, Support bilden, höheres Tief und dann versuchen, ein Higher High zu bilden und dann endlich mal die 28.000 US-Dollar-Region anzugreifen. Und gestern, also meine Long läuft jetzt erstmal seit 25.500 US-Dollar. Die würde ich auch gerne noch ein bisschen offen lassen. Habe aber 50% schon rausgenommen. Hat einfach den Aspekt, ich will hier jetzt erstmal kein Risiko eingehen. Und ansonsten Short war mir dann gestern Abend zu heikel, weil in solche Candles macht man am besten nie noch ein Short auf, weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass wir doch nochmal ein bisschen weiter nach oben hin pumpen. Aber jetzt erstmal für den Tag wäre es ganz gut, dass wir hier nochmal ein bisschen runterkommen, uns ein bisschen erholen, den RSI wieder ein bisschen abkühlen, vor allem auf den 1-Stunden-Timeframe, wenn wir uns das angucken. Mal ganz kurz, ich mache das FIP-Nummer weg, einfach so der Übersichtlichkeitshalber. Seht ihr auch hier, okay, wir haben den ganzen Abverkauf, den Binance-Abverkauf, den SEC-Abverkauf, je nachdem, wie man es nennen möchte, wieder nach oben hin durchballert. Wir haben hier oben noch so eine kleine Imbalance gehabt, die haben wir uns auch geholt, aber wie gesagt, wir haben kein höheres Hoch drin. Wir sind genau hier oben an diesem Order-Block wieder rejected worden, also genau da, wo im Endeffekt alles gestartet ist. In dieser Seitwärtsphase befinden wir uns jetzt. Trotzdem wäre es ganz gut, wenn wir uns mal hier das Volumen angucken, spricht schon doch nochmal was dafür, dass wir die 26.000er-Marke schon nochmal sehen würden. Ich denke nicht, dass hier unten sehr, sehr viele Longs reingekommen sind, sondern eher so jetzt den ganzen Pump mit nach oben, vor allem da gab es dann nochmal einen ordentlichen Pump nach oben. Deswegen wäre die Marke von 26.000 US-Dollar jetzt erstmal für diesen Tag das Ziel, um dann gegebenenfalls nochmal Positionen aufzumachen, beziehungsweise Positionen wieder zu erhöhen. Müssen wir uns dann ganz genau angucken. Ansonsten bricht das Golden Pocket, werden wir wahrscheinlich doch nochmal Richtung 25k abverkauft. News-Site-technisch wird es wahrscheinlich erstmal nicht viel geben, außer SEC hat jetzt auch noch Coinbase verklagt, aber so viel ich weiß, hat Coinbase natürlich auch die SEC, glaube ich mal, vor ein paar Wochen oder Monaten auch mal eine Anklage oder beziehungsweise verklagt. Also keine Ahnung, was da drüben losgeht. Das Lustige ist, ich finde das jetzt nicht mehr in der Telegram-Talk-Gruppe, irgendjemand hat es gestern gepostet, alle Coins, die in den USA jetzt hier verklagt wurden, da war ja auch Matic, Cardano, Solana und sowas der Fall, alle diese Coins wurden in Hongkong am 1. Juni oder ich glaube jetzt auch in den letzten Tagen legalisiert. Also es ist wirklich strange, man sieht hier einfach, hier wird einfach Handelskrieg nur auf anderen Ebenen wieder stattgefunden oder findet im Endeffekt ein Handelskrieg auf anderen Ebenen statt. Das ist einfach krank, was hier im Endeffekt abgeht. Aber gut, die USA schaffen sich damit meines Erachtens weiterhin nur selber ab und die USA sind damit sowieso komplett am Arsch, wenn das so weitergeht. Und ich habe es glaube ich schon öfters gesagt, für mich der nächste Bullrun wird eher durch Hongkong beziehungsweise durch den asiatischen Markt erzeugt als durch die USA. Aber gut, wir haben da drüben keine Schuldenobergrenzen mehr, das heißt da drüben kann auch Geld en masse gedruckt werden. Ja, soviel erst einmal würde ich sagen zu Bitcoin. Sieht eigentlich nicht übel aus, wie gesagt, so ein Retest da unten wäre nicht verkehrt, die 26er Marke mit einem Stop Loss, wenn wir hier arbeiten würden. Schauen wir uns auch mal ganz kurz an, wenn wir hier ein Entry reinmachen und dann unter das letzte Tief wären 3%, würde dann aber hier eher unter diesen Orderblock bei 2% gehen. Aber das schauen wir uns dann nochmal an, wenn die Reaktion erfolgen sollte. Sollten wir uns hier oben jetzt erstmal so ein bisschen stabilisieren, so eine Art Bullfleck, wird es interessant werden, wo wir dann unseren nächsten Widerstand erfahren. Der wäre dann hier oben bei ungefähr 28.300 US-Dollar. Ob die Kraft hier noch ausreichend ist, wird sich im Laufe des Tages zeigen. Heute Newslage steht nicht wirklich viel an, also auch heute wieder ein ruhiger Tag. Nächste Woche dann fett Zinsentscheid, mal gucken, was da dann bei rauskommt. Aber momentan haben wir einfach hier nicht wirkliche News. Wir müssen einfach schauen, wie die nächsten Stunden sich weiter erübrigen. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? 1.877 US-Dollar. Ebenfalls das gleiche Chartbild wie bei Bitcoin. Wir haben hier oben so einen kleinen Orderblock bzw. Supply. Die wurde noch nicht angetestet, zumindest auf dem 4H. Ansonsten ordentlicher Pump auch hier gestern. Pump hat begonnen bei 1.796. Interessanterweise haben wir uns hier nicht das Low gefischt. Also Ethereum deutlich, deutlich schwächer als Bitcoin gestern gewesen. Hat sich das Low nicht mehr geholt. Und ja, auch daraufhin ein ordentlicher Pump nach oben. Risiko war mir hier zu groß, einfach in den Long reinzugehen. Bitcoin gefällt mir besser. Deswegen Ethereum einfach nichts mitgenommen nach jetzigem Stand. Gehen wir mal in den 1-Stunden-Time-Film. Wie sieht es dort aus? Volumentechnisch jetzt nicht so stark. Bitcoin deutlich stärker. RSI deutlich, deutlich übergekauft nach jetzigem Stand. Es wäre nochmal möglich, dass wir uns vielleicht doch nochmal hier oben diesen kleinen Week hier oben holen bei den 1.900 US-Dollar. Und dann auch hier erst einmal so einen kleinen Abverkauf sehen. Auch hier natürlich das Ziel des Golden Pocket. Das heißt von dieser Aufwärtsbewegung hier runter. Perfekt, als ob ich es gewusst hätte. Bei 1.836 bis 1.832 müssen wir mal ganz, ganz genau im Blick behalten, wie dann hier eben die Reaktion ist. Sinnvoller meines Erachtens nach wäre es einfach nochmal die Liquidität hier oben zu holen für die 1.900 US-Dollar, um dann abzuverkaufen Richtung 1.836, um das Golden Pocket zu nehmen. Und dann eben mit diesem höheren Tief, was sich hier bilden würde, wirklich eine neue Aufwärtsstruktur und dann nach oben hin zu ballern. Da müssen wir aber wirklich die Marke von 1.913 bis 1.920 nachhaltig nach oben hin durchbrechen. Momentan ist alles möglich. Ich sage es ganz ehrlich, 25k sehe ich jetzt erst einmal nicht, außer das Golden Pocket bricht nach unten. Kann ich mir jetzt aber ehrlich gesagt im Laufe des Tages nicht vorstellen. Aber gut, wer weiß, was der Markt im Endeffekt noch so macht. Fake Move Monday, danach folgt immer Dienstag die Erholung. Mal schauen, wie es so weitergeht. Wir könnten nur nochmal ganz kurz gucken, dadurch, dass wir ja doch heute schon Mittwoch haben bei Bitcoin, nochmal so ganz kurz reingucken, wie so die Vector Candles waren auf einem 1-Stunden-Timeframe, ob die uns vielleicht auch nochmal ein bisschen so Ausdruck geben. Also Montag, Fake Move, Dienstag, dann die Erholung. Wir haben hier schon noch ein paar Vector Candles, vor allem hier 26.4, also es wäre nicht unwahrscheinlich. Und aber auch hier unten 2. Aber die sehen jetzt ehrlich gesagt durch das Volumen jetzt nicht so wirklich stark aus. Aber gut, warten wir mal ab, wie das jetzt im Endeffekt weitergeht. Die Psy-Range haben wir jetzt auch geretestet, also spricht auch eher vielleicht erstmal ein bisschen für Down heute im Laufe des Tages. Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Newslage, wie gesagt, gibt es momentan wenig. Bis auf das, was ihr ja sowieso schon alles wisst. Ich mache dazu jetzt auch kein extra Video, Binance und so. Das könnt ihr euch alles selber durchlesen oder auf Twitter. Das ist absolut unnötig. Und ansonsten gehen wir nochmal ganz kurz auf die Newsseite. Zentralisierte Kryptobörsen verlieren an Fahrt. Sowieso, ob das die Zukunft sein wird, wird sich zeigen. Gut, damit würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, abonnieren den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Auch gerne natürlich den Zweitkanal, ist unten in der Videobeschreibung drin. Und wie gesagt, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale, würde ich mich freuen. Und ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in den Tag. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.